Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder sehr herzlich zu meiner Sendung Buchtipps mit Liane Römer. Wie Sie hier sehen, habe ich Ihnen wieder einige interessante Bücher mitgebracht. Da ist von dem Rogenseer Autor Lutz Dettmann das Buch Und über uns der weite Himmel ganz neu dieses Jahr herausgekommen. Dann Christoph Hein Verwirrnis aus dem letzten Jahr und von Michael Odaci auch aus dem letzten Jahr Kriegslicht. Lutz Dettmann, über uns der weite Himmel. Ein beeindruckendes Buch hat der Rogenseer Autor Lutz Dettmann in diesem Jahr vorgelegt. Und über uns der weite Himmel, Fortsetzung von Anu, eine Liebe in Island. Dieses ist hier ein Buch, das erlebbar macht, was Verlust der Heimat, des Liebsten der Menschenwürde und der ständige Todesangst bedeuten. Es vermittelt Einsicht in die tragische Geschichte Estlands. Man versteht die Wut auf die immer wieder wechselnden fremden Herrscher, die freiheitsliebende Esten verfolgen. Mit dem Schicksal der jungen Anu bekommen wir zu spüren, was Gulag unter Stalin bedeutete. Dass es dort neben Brutalität, Vergewaltigung, Hunger und Kälte auch menschliche Wärme gegeben hat. Das berührte mich sehr. Anu hat den Gulag in Sibirien überlebt, kann zu ihrer Tochter Irja bis ins hohe Alter, aber über ihre Leidensjahre nicht sprechen. Ihr geliebter Christoph konnte nach Schweden entkommen. Über die Erlebnisse der 1930er und 1940er Jahre schreibt er in seinem Tagebuch. Christoph kehrt 1951 nach Estland zurück, um Anu zu suchen. Irja, die Tochter, hat die Aufzeichnung Christophs gelesen, will die Sprachlosigkeit ihrer Mutter brechen. Sie leidet seit frühen Kindertagen unter der gefühlten Kälte ihrer Mutter, hat deren Albträume erlebt. Sie will Klarheit. Erst am Ende des Buches erfährt der Leser, wer Irjas Vater ist. Lutz Deppmann hat umfassend recherchiert, seine estnischen Freunde immer wieder befragt. Nur so kann es sein, dass ihm die Figuren so authentisch gelangen. Warum das Buch lesen? Der spannende Roman mit seinem vielfältigen Figurentableau gibt Auskunft über die Kraft der Liebe und über Estlands wechselvolle Geschichte. Mehr darüber erfahren Sie bei der Buchpremiere am 4.4. im Schleswig-Holstein-Haus mit dem Autor Lutz Deppmann. Christoph Hain, Verwirrnis Christoph Hain kann Verwirrung anstiften, wenn er sagt, er sei eigentlich Dramatiker. Prosa schreibe er nur als Fingerübung. Dazu zählt sein Neuroman Verwirrnis. Auch hier kann man verwirrt zuerst sein. Zuerst scheint es nur um zwei junge Männer zu gehen, die ihre Homosexualität verbergen müssen. Die in der DDR bis 1957 unter Strafe stand. In Westdeutschland noch länger. Dann aber geht es doch um viele andere Fragen. Um Menschlichkeit in der Gesellschaft. Um Verlogenheit, Erpressung, Verwerfungen in Ost und in West. Christoph Hain ist Chronist. In nüchternem Berichtsstil erfahren wir, wie die Jugendlichen Friedewart und Wolfgang ihre Liebe füreinander entdecken. Die Jungen müssen sich verstecken, werden im Bett überrascht. Sie müssen mit erfundenen Geschichten leben, um sich sehen zu können. Sie werden erwachsen, gehen Scheinverlobung und Scheinehe ein. Friedewart begegnet an der Leipziger Uni Goethe höchstselbst, hinter dem sich der charismatische Germanist Hans Mayer verbirgt. Friedewart studiert bei ihm, wird selbst Literaturprofessor, kann jedoch später, als Schwulsein kein Strafbestand mehr ist, seinem eingeprügelten Schamgefühl nicht entrinnen. Mit seiner Lebensgeschichte verfolgen wir Zeitgeschichte, die in den 1950er Jahren über den Mauerbau bis zur Abwicklung von Universitätsinstituten nach der Wende reicht. Warum das Buch lesen? Es ist spannend, illustriert unsere jüngste Geschichte und bietet durch das mutige Auftreten des Leipziger Universitätsrektors auch Genugtuung für Ostdeutsche. Michael Ondaatje, Kriegslicht. Es gibt Autoren, die fesseln uns mit ihren atemberaubenden Büchern immer wieder. Dazu gehört der kanadische Schriftsteller Michael Ondaatje, 1943 in Colombo geboren, den viele durch das Buch »Der englische Patient« und den Film dazu kennen. Schon seine Herkunft ist spannend, denn er ist niederländisch, tamilisch, singalesischer Herkunft, lebte in England, ging nach Kanada, wo er die kanadische Staatsbürgerschaft annahm. Sein neuer Roman heißt »Kriegslicht«. Mit »Krieg«, dem Zweiten Weltkrieg, hatte schon »Der englische Patient« zu tun. Dieser Roman hier, auch ein Meisterwerk, spielt im London der Nachkriegszeit. Wie der Titel suggeriert, geht es um Licht und um Krieg. Der Protagonist will Licht ins Dunkel bringen, will die Vergangenheit seiner Eltern, vor allem seiner Mutter, verstehen. Im Jahr 1945 gingen unsere Eltern fort und ließen uns unter der Obhut zweier Männer zurück, die möglicherweise Kriminelle waren. So beginnt der Roman. Und wir wollen wissen, was aus dem jungen Nathaniel, der Hauptfigur, und seiner Schwester Rachel wird. Die Eltern gehen angeblich für ein Jahr nach Singapur. Doch wo sind sie wirklich? Eines Tages finden die Teenager nämlich den für die Nahostreise gepackten Koffer der Mutter im Keller. Ist sie gar nicht verreist? Wo ist sie? Man möchte glauben, dass der Autor aus eigenen Geheimdiensterfahrungen schöpft. Warum das Buch lesen? Der Roman ist ein Patchwork von Geschichten, deren Zusammenhang der Leser selbst finden muss. Und das erzeugt Spannung. Ja, liebe Zuschauer, ich möchte Sie noch auf einige Veranstaltungen hinweisen. Da ist am 9.3. der 73. Lister im Campus am Ziegelsee. Und es kommen drei flotte Herren aus Berlin, die unter dem Titel Jawohl, meine Herren, ein wunderbares literarisch-musikalisches Programm Ihnen bieten. 9.3. um 18 Uhr im Campus am Ziegelsee. Dann geht es flott weiter. Überhaupt geht es jetzt Schlag auf Schlag mit dem Lister. Am 14.3. ist Fallader Sohn Achim Dietzen wieder beim Lister zu Gast. Ihn wird unterstützen Jan Darmens aus Berlin. Ein Schauspieler und Sänger, der auch schon zu dem Swing-Trio, das am 9.3. Auftritt gehört. Und Rudolf Dietzen hat ja Briefe geschrieben an seine Geschwister und seinen Sohn Achim Dietzen wird aus dem neuen Buch, das er im letzten Jahr herausgegeben hat, aus den Geschwisterbriefen lesen. Wie gesagt, unterstützt von Schauspieler Jan Darnitz. Und am 18.3. können Sie zu diesem Buch mit mir diskutieren. Verwirrnis von Christoph Hein in der Seniorenakademie. Am 18.3.11.15 Uhr werden wir daraus lesen und auch dazu diskutieren. Am 31.3., wenn Sie wollen, können Sie sich anmelden für die Veranstaltung kombinieren mit Alexander Puschkin. Das machen wir anlässlich des 220. Geburtstages des beliebten russischen Dichters. Aber Anmeldung ist da erforderlich. Das findet im Kartoffelhaus statt am 31.3. um 18 Uhr. Anmeldung bei Liane Römer. Ja, es geht außerdem noch weiter mit der Buchpremiere. Ich habe Ihnen ja vorgestellt, dieses Buch und Lutz Dettmann wird und über uns der weite Himmel in der Buchpremiere im Schleswig-Holstein-Haus am 4.4. um 19.30 Uhr vorstellen. Und Sie können Fragen stellen, wir können darüber diskutieren und, und, und. Außerdem wird diese Veranstaltung noch unterstützt durch die Friedrich-Naumann-Stiftung. Und am 6.4., der 76. Lister, in diesem Halbjahr dann erst einmal der letzte, wird Dr. Thomas Carstensen mit zwei interessanten Akteuren von Hamburg kommen und eine wunderbare Bildershow, musikalisch-literarisch wird das auch wieder sein, zu Paula Modersen-Becker darbieten. Dazu lade ich Sie ganz herzlich ein. Es sind alles sehr, sehr interessante Veranstaltungen. Kommen Sie, seien Sie herzlich eingeladen. Kommen Sie, seien Sie.